So, und die, die von hier kommen, die hier, wollen jetzt wahrscheinlich alle 63, die anderen wollen nach hier. Die wollen wieder raus, die wollen da wenden. Oh, Mann. Ich glaube, ich muss hier echt mal eine Stadtautobahn drunterlegen, die hier wirklich von dieser Stelle hier wegsaugt. Wo die Leute rein können, und dann kommen die einfach hier hinten raus. Hier. Und dann in beide Richtungen weg. Oder hier, meine Güte. Aber das sollten wir machen. Und dann kann ich die einfach hier draufsetzen, dann können sie hier in alle Richtungen wegfahren. Nach hier wegfahren. Oh, ein Waldbrand. Habe ich Ding im Center? Weiß ich jetzt gar nicht. Feuerwehrhubschrauberdepot. Kann man brauchen, ne? Viel Spaß. Und ich würde sagen, es geht los. Das ist so cool, Mann. Das ist so cool. Haben die hier für keinen? Oh, ein Polizeihubschrauberdepot. Oh. Nee. Irgendwie ein bisschen was innerstädtig. Ups. Sehr gut. Drei Stück können hier maximal spawnen. Ah, das heißt, ich brauche da aber noch einen. Endestens. Ah, kommt mal noch einen draus. Meine Güte. Und hier hinten auch. Hubschrauber sind einfach das Beste. Um schnell von H nach B zu kommen. So, ich denke mal, die sind jetzt alle auf dem Weg noch hier. Die greppen sich jetzt irgendwo Wasser. So schnell wie möglich. Da ist einer. So, wir den mal verfolgen. Wupp. Oh mein Gott, ist das cool. Das sind schon voll viele andere. Oh mein Gott, das ist so cool. Vorsicht, da unten sind Stromleitungen. So, jetzt greift er sich da Wasser. Greift er sich da Wasser? Das Ding ist sogar voll. Wie krass. So. Gucken, was er jetzt löscht. Der braucht sogar nicht alles. Oh mein Gott, die Dinger sind sogar noch intelligent. Oh Gott, das ist so cool. Wie krass. Oh, das fing an zu schnell. So cool. This is just so amazing. So. Und aus ist das Feuer. Sehr cool. Cool, 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 cool. Ich hab was für ein Geld mehr. Ups. Okay. Äh, was haben wir denn? Wo war das denn jetzt? Hier hinten. Nein. Hier hinten. Ja. Ein bisschen hat sich was gebaut. Das dauert jetzt noch ein bisschen. Haben wir denn hier irgendwie... Oh Gott, wir haben hier null Infrastruktur. Ist tut mir leid. Äh, es muss. Wo haben wir denn welche? Hier hinten fährt eine bis zu diesem Bahnsteig. Dieser Bahnsteig ist aber aus irgendeinem Grund nicht in alle Richtungen bedient. Warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Wegen... Deswegen. Die eine Seite ist nicht mehr verbunden hier. Wer fügt die auf der Seite hinzu, Mann? Nervig ist das denn? Funktioniert die U-Bahn hier noch? Ich glaube nicht, oder? Nein. Das heißt, wir können die abreißen. Und hier das Bahngleis ändern. Oh, da war was. Ja, sehr gut. Ähm... Damit kann die Bahn jetzt auf jeden Fall halten. Na, sind hier jetzt zwei Haltestellen. Eine da. Eine da. Und damit ist auch dieser Zug wieder fähig. Was ich gar nicht wusste, dass er das nicht ist. Oh, wir sind fast beide. Da ist er doch. Sehr gut. Okay, wir sollten hier auf jeden Fall dran anschließen. Ich muss nur mal gerade gucken, dass wir wieder genug Geld reinbekommen. Äh... Ich glaube, Wasser haben wir mehr als genug momentan. Das ist eh ganz unten. Wir haben Flugzeuge so extrem weit oben. Da können wir ein bisschen was sparen. Schiffe... Schiffe... Nee. So, und... Wow, wo kommt jetzt das ganze Geld her? Warum haben wir auf einmal so viel Geld gemacht? Ob... Okay. Gut. Von mir aus. Ich weiß jetzt nicht, was wir abgegeben haben. Aber okay. Ähm... Wie sieht das denn jetzt hier aus? Ich gucke nochmal gerade drüber. Oh mein Gott. Warum? Mach ich euch halt zu einer vierspurigen Autobahn. Vielleicht lernt das dann. Warum wechselt ihr jetzt hier die Spur? Ich lasse euch jetzt einfach erstmal ins Leere laufen. Also wirklich, Alter. Das ist so nervig. So, ich lasse euch jetzt alle laufen. Und währenddessen mache ich jetzt hier... Das. Dann müsst ihr euch halt durch die Nebenstraßen quälen. Ist mir doch jetzt egal. Ich habe da einfach mal Pech gehabt. Alter, Palter. Nö, wir biegen jetzt hier alle links ab. Wofür können wir denn hier auf der Autobahn wenden? Weißt du, Alter? Schlimmste Sache aller Zeiten. Hm. So. Oh, ich höre Helikopter. Warum zieht ihr eigentlich... Oh, ihr seid so behindert, Alter. Ich habe leider immer noch keinen verbesserten AI-Mod gefunden, der hier die KI wirklich mal anhebt. Das ist ja echt grausam. Wir ziehen alle auf die gleiche Spur. Das ist eine super Idee. So. Alter. Ach, und dann geht das auf einmal, oder was? Du bist scheiße. Du bist scheiße. Alter. Tja. So. Und hier kommen dann alle auf die Idee, reinzuziehen. Wir müssen die Straßenbahn hier von der Straße runterholen. Das hier läuft jetzt zumindest wieder. Okay, gut. So. Die Nachfragen sind alle komplett unten. Das ist gut. Das ist nervig, Alter. So, was hatten wir jetzt noch zu tun? Wo war ich gerade dran? Ich weiß es nicht mehr. Das hier. Aber noch richtig schlecht. Wir wollen alle wenden und wieder nach Hause. Hier. Pass auf. Zwei schlüpflig. Hier. Ja. Hier. Nee, hier wenden ja nicht alle. Hier wenden alle. Hier ungefähr. Nee, hier. Pass auf. Hier machen wir das. So. Raus. Und was ist das? Eine Oberschule. So. Runter. Nicht den Weg wegmachen. Alter. Arschloch. So. Wenden. Hier schön drunter durch. Wieder hoch. Nein, ich will zufällig nicht damit verbinden. Wo gehst du denn hin? So, er geht da rüber. Nein, das möchte ich aber nicht. Nein, das möchte ich nicht. Dann halt da drunter durch. So. Hier drunter durch. Und hier raus und da oben ran. Also optimaler zum Wenden geht es ja nicht. Kann es sein, dass ich das eigentlich falsche Städte gebaut habe? Da ist das Ding. Das hier ist die Ausfahrt, die ich suche. Nicht die hier. Das hier ist die. Und die wird nämlich jetzt auch dementsprechend genutzt. So. So. Das heißt, das wird genutzt. Und jetzt greifen wir uns nämlich nochmal von hier eine Straße weg. Runter. Runter bleiben. Und dann hier dran. So. So. Sehr gut. Vielleicht kriege ich damit ja jetzt die Leute von hier weg. Ist das alles immer noch geschwindigkeitsbegrenzt hier? Ja. Diese ganze Straße ist geschwindigkeitsbegrenzt. Ist ja schlimm. Ach, nee. Falsche Tasten. Okay. Die wird auf jeden Fall genutzt. Kommen denn hier hinten welche raus? Wo habe ich es rausgebaut? Hier. Ja. Sehr gut. Das heißt, die müssen nämlich schon mal nicht mehr durchs System. Das heißt, die müssen denn hier aunten. Ich hab den, dass es das hier coalition also geht. Untertitelung des ZDF, 2020